Noch ein Bus. Ein Bus. Komm rein. Wollen wir... Das kommt da alle. Golem sieht aus den Golem. Ja. Wollen wir gleich mal gucken, was Gandalf jetzt hier für ein... Ja. Gib ihn! Gib ihn! Hahaha. Gib ihn uns einfach. Gib ihn uns einfach. Gib ihn uns einfach. Den Talisman. Er ist bestimmt gut. Wollen wir? Wechseln. Beschreibung. Ja. Doppelt XP. Aha. Ich dachte das ist gut für... Ja. Naja. What's up bitches. Beides. Bola Games. Bola Games. XP und Geld. Doppelt. Naja. Ja. Ich will aber jetzt hier. Ich will doch cancel. Dann kannst du doch trotzdem im Kampf doppelt XP sein. Alter. Das ist echt ein Golem. Und so ein Vieh von der Löwe. Ne. Was ist das denn doch? Doch, doch. Das ist ein Eisengolam. Dann müssen wir erst die Flieger besegnen. Die Skandle deutet da noch. Das geht ja auch mal hinter. Das geht doch noch. Ah, die Eisengolamms waren hoch. Die sind am hoch ganz schön rausgehoben und reingehauen. Dann haben wir zwei. Dann ist... äh... äh... Was willst du? Die sind ganz schön. Na. Na. Noo. Ne. Ich kann nicht wahrnehmen. Er ist das Elektrum. Und das ist wohl einfach. Was ist das? Ja. Und das? Das wollte ich eigentlich. Ja. Aber wir machen erst die Eisenggolamme. Weil dieses vier Gruber und der Stoffe. Ich bin gar nicht mehr. Ja. Zwei Gruber was hinter sich. Aber wir machen erst mal diese... Wenigstens sind die eigentlich überall verteilt, die Wechseln. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das war... Und das Wasser hat ihn so langsam gemacht. Stimmt, wir hatten ja mal einen Bogen schützen, aber dann ist das auch einiges gut. Äh... Oh, hell. Der ist schon fast gut, der Pole. Naja, da ist ja noch eins. Zwei! Scheiße, hängt auch wieder ins Blut. Hast du gesehen. Wir sind auch da noch so. Oh, guten Tag. Was hab ich da? Was ist da? Ich hab nichts Negatives, du bist geschöpft, keine Ausgabe. Achso, sagst du mir das nicht? Das weiße Zeichen ist was Positives. Nichts, die roten sind wie die negativen. Dann lass uns mal reingucken. Hallo, schick. Halt doch. Das ist wieder ab. Ja, das macht er noch gerne. Ich hab fast zwei Millionen Gold. Das ist noch reich. Jetzt könnte dieser Beutel des Wohler-Gings helfen. Wo man das Geld schmeißen kann. Wohlt er sich gerne wieder an. Oh. Ja, jetzt hast du einfach nicht noch nicht so tempo rum. Doch. Wer ist weg? Ja, es ist ja bloß noch das dabei. Dann musst du gleich drauf gucken. Ja. 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 Das ist ein Kasper. Ja. Das ist ein Kasper. Wow, ja. Und bitte auch mal. Mit dem wir geht. Ja, wir können jetzt da gesteinert sein. Ist das ganz schlecht. Was ist da oben? Der ist doch fast weg! Ja, wie kann man nicht? Ja, der kann ich aber nicht! Ja, ich meine, deshalb sollst du ja... dieses andere Vieh... Da komm ich nicht ran, das ist in der Luft! Ja, obwohl ist der Zauber noch ab und zu, so ein... Siehste, Eisenkorn und Korn? Echt? Ich würde ja... Und das ist also so... Go! Haben wir auch gleich die Kiste gehört? Wut? In die Kiste! Und der gilt auch! Ja, beschwört die denn nun? Ist doch keiner mehr da für eine Lösung! Können wir mich jetzt mal anziehen? Das ist eigentlich noch so, wie die auch Bomben fängt, Feuerwerk drüge gar nicht direkt hier... Ah! Leute! Schauen! Okay! Chris ist fast tot! Chris Brown? Du bist gleich drin! Äh... Kein Nervis weg! Scheiße! Der hat ja alles! Das ist jetzt schlecht! Aber wir haben noch... Äh... Oh! Fuck! Das würde... Ich sag... Ist alles weg, wenn wir ihn wieder beschwören... Was? Ist alles weg, was der getragen wird, wenn wir ihn wieder beschwören? Das wäre scheiße! Das wäre ein bisschen doof! Das wäre ein bisschen doof! Gingst du auch gleich mit der anderen? Ja! Jetzt! Na, wir schlagen uns ja mit zwei nochmal so durch! Nee! Das ist ja ganz schlecht! Wir haben ja beide keine... Hoch... Also keine Fernerteile! Nur das ja nicht! Ja! Äh... Doch! Der hat ja was! Der! Ja! Chris! Aber Raven... Wenn jetzt Chris so tot ist... Der ist nicht ganz tot! Der ist noch nicht so leer! Das ist ganz tot! Oh! Feigling, komm runter! Der hat ja dann noch eine Leiste, ne? Nee! Nein, das war's! Das hier unten! Ja, bloß noch das! Jetzt kommt das! Ja, jetzt kommt das! Ach komm, dann halt das! Oh Gott! Das soll knapp! Ach, der ist ja fast tot! Lass einfach Steinloch! Ja, das ist schon so! Warte! Ja! 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 Ska! Ska! Ja! Das klauert ganz schön viel, ne? Da klaut ganz schön viel, ne? Also... Der Tremel kommt ja rum! So, jetzt gucken wir mal noch ganz schnell, wo der Golem war, ob da was rumliegt. Da ist der Golem gestorben. Ja, hier. Aber hier ist nichts. Na gut. Wo geht's raus? Auf der Gesang. Das. So. Mal schnell schauen. 13. Das war mal einer. Na, Garnet hat er ein, das haben wir jetzt 14. Das sind ja noch heraus, Garnet, Grunde. Und am besten irgendeinen Laden. Noch mal schnell Gesundheit. Heilung, weiß ja nicht, was noch so kommt. Gesundheit und Versteinerung für eine Gruppe vielleicht nochmal. Das kann man nicht kaufen, weil sie bis zum Fluidum finden. Achso. Geschmeidigkeitsbeinwand kann sie kaufen. Das ist nur für eine Person. Ja, das haben wir dann. So, dann lassen wir uns mal bis zum Ende Runde. Also bis zum Ende Runde. Und dann gleich zuerst. Boden auf dem Himmel. Wie ne Sau. Sehr agerzig. Das ist immer so ewig hängen dazwischen, sie können sie das lächern leben. Aber wir sehen unser Gesicht. Ja, das ist schön. Hallo. Was ist das? Das ist ein Runde. Jetzt hat es auch bei allen. Dann hat es gar nichts kommen. Aber der hat hier ja keine Heilung. Aber wir können... Das ist... Das ist ein Runde. Hier, das... Ach nee, das... Da haben wir einfach alles. Das ist aber, was wir nicht brauchen müssen. Los geht's. Ja, dann bin ich vorbei. Die sind schon mal noch schwer. Na ja, mit mal abladen. Mal abnehmen. Mit mal abnehmen. Also mit zugenommen in der Luft. In der Luft? So langweilig ist es beim Stürzen, kann man sich schon mal was reinschieben. Shocking down food. Old friends, you... Ja, ja, ja. Nur schön laut, dass alle verstehen. Swing better, better, show me what a better rapper can do. No. Cancel irgendwas und dann oder andere. Ich bin zurück. Gekelt. Du hattest den König von Angenbaum. Was? Jetzt gucken wir, ob der alles noch hat. Das wäre halt bitter so. Nothing to lachen. Einladen, ne? Man merkt hier gar nicht mehr, ob es Tag oder Nacht ist, wenn es immer grün ist, ne? Ja. Bis zum grünen Ruhn. Hier, Gruppe Versteinerung. Haben wir noch eins. Okay, okay. Hier. Was ist das? Ja, das heißt. Das? Das? Das kann ich nicht. Ähm. Ewige Reisestein und Reisestein. Das. Egal. Weg, Özo. Dann mach ich alles, was selten und kombinierbar ist. Alles. Einfach. Nein, du weißt doch gar nicht, ob da noch was. Da steht doch keine Sonne und wir haben gerade. Ob da irgendwas. Da steht doch keine Sonne und wir haben gerade. Wir sind bei dem Adleen. Ja, die sind immer nie wieder. Befürchtet. Was er vielleicht im Graben wo. Als jetzt. Geist. Einkaufs-Nachlass. Das ist das. Ja, ich weiß nicht. Und das. Ich weiß gar nicht, was besser ist als unseres. Gut. Wo kaufen wir da jetzt? Auf dem Marktplitz. Die Händlerin steht noch. Ne, meinst du, die ist noch gut zu uns? Also, die lassen uns da jetzt so einfach hin, die Wache. Probier's. Du kannst ja immer noch weglaufen. Das ist richtig. Probier's. Oh Gott, oh Gott. Ich hab echt nicht, wenn sie in der Saal sein gilt, das ist die Einzige, die da noch zu uns steht. Ja, wir sind auch ein Wecker. Ja, schau es mir, wenn nicht. Obwohl eigentlich sind wir jetzt arbeitslos ohne Drache. Ja, aber wegzumachen wir noch. Wo wir altern nicht. Ne. Da hast du doch keine Wache mehr. Warte, die da an. Die endlich jetzt hier sind. Ich denke, es ist nicht da, als wir den Typen da runtergeschmissen haben. Wo? Ja. Das ist voll lustig. Das werde ich nie vergessen. Guck mal, da ist keiner mehr drin. Vielleicht nicht. Der andere. Das ist die Schmiede. Die wird bestimmt noch sowas haben. Der verkauft immer noch sehr, wo ich seine Waffen habe. Das ist ja dumm. Echt. Kannst du da hinten noch lang? Wenn wir noch Glück haben. Ne, hier ist nichts. Verdammt. Jetzt greifen die uns nicht mehr an. Das ist ja komisch. Verdammt. Kassades? Wollen wir da schnell hinreisen? Geht das noch? Sicher. Um einen Reisestall. Nein, geht das noch? Da, wo wir jetzt sind. Also dieser Haupt. Ja, um den Nischen. Na, mach. 14 haben wir wirklich. Ja, einfach Kassades. Das gibt Heilung. Macht uns doch. Stimmt, man kann ja noch durch Krannsaugen reisen. Ja, blödsinn. Blödsinn wir nicht. Let's do it. Okay, okay, okay. Schnell da. 14 von 20, ja? Swing better, better. Und so. Und show me what a fellow rapper can do. Yes. Cancer? Was ist das? Irgendwas? Yes, yes, yes. Of course! Ähm, sind wir jetzt schon ein Ding? Nein. Ach. Zum Tor. Verteure ich das Tor. Wie wird das Dürfen auch? Den Torweg und das... Ja, kannst du mal angucken. Den Torweg und das Weg, nein. Den Torweg und das... Wegetor? Nein, verdammt. Verdammt! Die Zutaten fehlen. Wo muss ich hin? Firstagram. Hier? Nein. Da! Das ist ein Quest. Mach ich hin! Wauw! Ganz schnell. Ey. Komm, mach, muss sie, mach. Medlein. Ich habe die selbe in Grand Sauron schon mal angenommen als in Grand Sauron. Das ist nichts Neues. Ja, die will so eine Figur, wie wir Kexton schon mal gemacht haben, dem Schmied. Weißt du dich? Ja. Guck mal auf meine Wahl hinzufällig. Quatsch, gehen wir weg und quatschen nochmal. Ich glaube nämlich wir haben irgendeine Figur dabei. Ich weiß noch nicht, ob es sie ist, die wir haben. Jawoll. Perfekt, haben wir gleich ein Fest noch gemacht. Ja, die gibt bestimmt Heilung, ne? Ach, wunderlich, sie ist gut. Du kannst die beiden diese Hackbeet kaufen. Da brauchen wir schon vier. Ach ja, wo brauchen wir eben? Oh, gut. Amulette hat sie. Ach, das brauchen wir doch nicht. Für die Kämpfe? Ach, nur noch sechs. Na gut, das brauchen wir. Ich würde alle einmal kaufen. Ah, okay. Wo fahren wir an? Da, 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 da. Da, da. Ja, da. Das war's. Das war's? Ne. Ne. Das ist so reich. Das Spiel wird fast stürzt dich. Okay. Wir haben noch was für mein Leben getan. Schön. So. Überleg ich mal was. Ich hab noch 50, wir sind zwei Level in der Stunde jetzt aufgespielt. August, erzähl mir jetzt bitte wo wir hin. Ja, raus da. Das ist falsch. Dann woher. Hier. Rechts. Rechts. Da rein. Oh. Hier, links. Dankeschön. Bitte. Gut, dass ich das weiß. Naja, sicher. Du darfst ja da. Na? Schön. Da oben gleich grün dadurch. Mehr hat ihr nicht. Das haben wir etwas. Nichts. Ich hatte nur die Schmiede und die Typen. Schlecht. Na gut. Wie viel Nemo? 5. 4. Was? Ich hab' nicht hingeguckt. Wie viel kann man dann bis vor schwer sein? Das 50 reicht. Das 50 reicht. Das 50 reicht völlig. Ich muss sie übertreiben. Naja. Etwas machen wir mal. Jetzt ist aber Schluss. So. Das ist zweimal Mitteln. Ich mach's einfach. Ich mach's einfach. Und Ausdauer. Kauf's gleich noch nach. Haben wir noch. Wie haben wir noch? 30 oder so. Das reicht doch. Ich hab's nicht. 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 Reisestein. Falt durch Knopf. Reisestein. Falt durch Knopf. Na dann. Use it. Make my. Und bitte. Zack. Markus. Yo. Unsere Quest kommt zu einem Ende. Falt durch Knopf. Drei Kammern. Na ja. No. 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 16 gesagt. Naja. Aber wenn man jetzt so in nicht jeder Kammer nicht so viel findet oder so. Was mich echt ärgert ist leider, dass unser zwei Siebziger waren schon nicht schlecht, dass die versteinert waren oder so weg. Kannst du die umflugende Laterne anbauen also vorher. Find's so dunkel? Oder geht die weg. Na ja. In den Kammern da. In den Dingern. Ich fand's jetzt gar nicht so dunkel. Könnt man schon den aufsetzen. Anbauen. Egal. Wie du denkst. Ich springe. Ich springe. Ja ja. Drei. Ich springe. Ja ja. Ich springe. Da hin. Da hin. Da wollen wir. Mach ich da hin. Ne. Da wollen wir auch schon. Wetten wir nicht? Ja. Leute das war eindeutig. Ja. Da war man nicht. Ich bin doch in 3.5. Und pfff. Olli, da hat uns nichts abgezogen ne. Ne. Doch ein bisschen. Vielleicht zwei wohl noch. Das war schon ganz schön schlecht ne. War lustig. Ja. So, so, wir haben ein Praktis. Mein Steinbein macht dich... Äh, ist da jemand? Den kreide ich jetzt an. Oh, man geht da hin. Boah, Mensch. Neu-Ex, oder? Ja. Drei. Zwei. Starklein. Starklein ist gut. Guck mal, dasselbe mit der Echse mit. Ich trete den Schwanz aus. Und das bist du. Da geht der Schwanz. Da geht die Echse. Sehr schön. Oh, da kam es gut raus. Fischbaugesteine mit. So. So. Da hinten sind die Magier. Ich betrücke dich. Ich lass ihn nicht magieren. Ich lass ihn nicht magieren. Ich lass ihn nicht magieren. Das ist heute Knochen bei dem Abgrund. Da ist noch einer. Zwei. Schöne. Schön, dass du die Knochen da runterschmeißt, ne? Wo sie hinhören. Gute Entmüllentzungen, Oli. Ich muss sagen, das ist von Vorteil. Danke. Mülltrennung ist wichtig. Knochen. Genau. Knochen. Wie hier ist wohl nicht. Na, hau kaputt. Wer soll ich? Na, wo kein Mörser aussteigen. Da drinne. Da drinne. Synchronbücken. Ah nur. Na ja. Ist ja jetzt doof, ne? Sind wir extra aufgeklatscht? Was haben wir nicht? Na ja. In der Kamera abwählen halt. Kann ich ja nichts. Aber du warst doch überall, oder? Doch. Guck mal da. Ne, ne, links lang. Hier runter? Soll ich mal runter gucken? Ja, das ist ja gut so leider. Da geht's doch weiter. Oh. Oh. Markus. Gut, ne? Thomas ist da. Da geht's doch weiter. Ein Höhl. Mann, die hatten doch schon mal hier ging. Die ging noch so. Ach, das wollen die. Die ging noch so derbe ab. Ja, Mann. Ja, ich wollte. Jetzt rum. Keine gute Idee. Ja, Hilfe, 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 Hilfe. Oh, ha, 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 ha. Komm, ha, 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 ha! Hey. schneller haben durften und sie leuchten so schön Kelle keiner fängt unter der Herzen damit Boah Alter so Olli mit deiner Ausdauer ist alles warm danke keiner zogen sehr roter so gut kann er kann er zu knapp ne blau ist der Pursche ist der Pursche das stimmt der Punkt ist ja sogar da okay oh Gott gut dass man so viel gekauft hat ein bisschen schwer oh nein Alter nein nein oh Gott ist so schlecht wo geht's denn da hin ja kämpf doch zu Ende alle die kommen wohl wieder nein kann ich war es nur noch dran hier sind noch welche auf der anderen Seite kann es nur noch dran wo wo ich werde sie so machen ja das dauert doch schon länger als andere ne da kann er mich auch gut Alter nervt das so jetzt sind es nur noch drei die von der anderen Seite kamen schalalalalalalala das rot ey siehst du das ist auch das ist voll das ist voll voll wegen du das machst und sie sind tot genau gut das ist voll sei Dank sag ich doch bloß ja die sind doch tatsächlich noch eine Herausforderung ey die sind nervig weil sie wirklich so ein Massenkopf und Feuer schmuggeln ja und nicht wie viel aushalten das braucht man ja eigentlich müssen wir auch Level 70 holen wir aber ach da ist noch eine Tür siehst du da kommen wir vielleicht zu einer riesen Hölle da würde ich mich sogar drauf freuen weil das ist das ist doch was das wäre doch was das wäre doch was bevor du da durchgehst ich glaube da hinten war noch eine Truhe was heißt was heißt da 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 nicht da warst du wirklich nur so eine Kiste ist gut das ist gut das ist gut ach Gottchen umfangreiches Endlevel 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 Landgewöse euer Herzensblut das hast du sogar mit daran angemacht das glaubt mich ja hab ich das? du warst vielleicht die ganze Zeit da du warst vielleicht die ganze Zeit da ja ja guck mal was da rumläuft Goblins it's a human Goblins hier die sind nämlich einfach und dann wissen wir was wir machen müssen und dann wissen wir was wir machen müssen du dauerbauer wer ist der Leader? rechts ist der Leader von der anderen rechts ist der Leader von der anderen und der andere wer hat der mit der Single Schaas? 3 in der Truhe Nummer 1 befindet sich und in der Truhe Nummer 2 in der Truhe Nummer 2 befindet sich riesiger Geldbeutel und in der Truhe Nummer 3 befindet sich Lazarus Splitter wobei wir jetzt 3 Lazarus Splitter zu einem rechts nicht rechts 15 ach ist schon oder was automatisch? mhm haben sie sich schon vereinigt oh rechts vielleicht was rechts vielleicht vielleicht woher und aufgestiegen im Tode aufgestiegen das kennen wir doch nicht da war noch ein Lazarus Steinsplitter Lazarus Steinsplitter nein nein da war da war da muss noch ein das geht was erzählst denn du? du darfst noch ein dazu noch kurz ein bisschen Phantasmus Flüsse ja ja hab's gesehen ich weiß es doch nicht ich war da vor 3 Monaten Das ist die Wahl der Qual. Die Wahl der Qual? Ja, jetzt ist es noch geradeaus. Da ist auch zu. Weißt du doch, ja. Okay. Gut. Was auch lustig wäre, wenn eigentlich diese ganzen Kammern zusammen verbunden wären und... Du nicht durchkommst. Richtig. Dann wärst du mich eigentlich... Jetzt wieder zurück. 15 haben wir ja. Also noch 5. Und dann... Und dann fängt das Ganze wieder von vorne. Boah, stimmt, wir sind noch nicht mehr draußen mit den endlosen Kreisen. Nee, wir müssen ja eine Quincy gehen. Ja. Darum denke ich bei Quincy immer an die Arzt. Was ist das denn? Ja, guck mal mal hin. Der sieht blau aus. Schimmernd. Was ist das denn? Der Rift? Guck mal mal zu. Das ist doch Rift. Kann sein. Noch mal hier schon? Nee. Oh Gott. Ostkammer? Nee, zu. Also müssen wir hier nochmal hin. Ja. Ist hier irgendwie... Ein Hebel? Nee, aber ich glaube wir müssen hier einfach... Das ist da vielleicht die Kammer, wo wir zum Schluss hin müssen. Wie hieß die? Abwesenheit. Was ist das hier? Ja. Schicksal war davor. Schicksal war früher. Jetzt ist Abwesenheit. Tja, die Frage ist, wie kommen wir hoch? Irgendwo war noch... Da hinten geht's noch rein. Was? Ach das auch nur so? Nee, da kam man doch jetzt eben her. Da. Siehste. Ähm. Wir kamen daher, wo der ist blauer an der Decke schon mal da. Wir kamen daher, wo der ist blauer an der Decke schon mal da. Daher. Da. Oh. Oh. Nein. Kommen wir jetzt auch hier wieder hoch? Nein. Nein. Ja wen dann? Ich weiß es nicht. Reisestellen. Ist das nicht der Ernst? Nee, was wenn es nicht geht? Ja. Jetzt Reisestellen immer die letzte Variante. Guck mal, ob du kattest. Das ist wohl nicht. So, jetzt machen wir die Ebene noch. Liste öffnen. Vier. Was ist denn hier? Da ist eine Tür, die ist verschlossen. Und da ist eine Tür, die ist verschlossen. Ja, das ist oben verschlossen. Da steht so auf Kammer der Abwesenheit. Ja, da musst du rein. Scheiß drauf. Wir müssen ja so wieder mal reinspringen. Mann. Kannst du ja noch rausnehmen. Och, das ist nervig. Echt jetzt? Ja, mach es rein. Was ist denn das? Na, wenigstens ist es hier unten abwechslungsweiter. Kann man ja nichts dagegen sagen. Leute. Leute, 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 Leute. Leute, Leute, Leute.